so ab geht's da unten gucken ob schlafen geht nö ich werde diesen kurzer vor Raum Nummer 6 Test Nummer 6 Setz my lucky mamba I will guess you will be unlucky then I'm not trying to beat me I'm just testing your social resili resili ach keine Ahnung n soskrim is just one more service of vini wie oft ach egal ähm wir sind ja nicht da zum lesen sondern zum spiel jaaa ähm ja ich hab ne leiter gefunden äh ich wär auch eine irgendwie kam ich hier bloß grad nicht rein ach doch jetzt ok was ist hier fakt warte mal das ist das ist fakt ah ok bleib mal drauf stehen stell ich nochmal hin Mann ich bin da runter irgendwie irgendwie ist hier nämlich nichts passiert nein es geht doch irgendwie Mann was machst du denn du nein ich will hier rüber so so etwa in etwa du musst auch noch nicht drüber hier sind zwei druckplatten wo auch da ja mhm gar nicht gesehen anders so andersrum Martin hier hinten hä ja ach da da bist du ja du musst mit dir her hier rüber Martin zum ja aber wir müssen doch hier drauf stehen nein das ist nur ein Test so wie immer du musst jetzt hier hoch und du musst auf die Leiter drauf ah ich verstehe du musst ganz nach oben und dann rüber springen ah du musst bis ganz ganz oben so weit wie es möglich warte jetzt mach ich mal ganz das sieht auch noch so lustig aus blub 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 und jetzt hier rein oh Mann du hast das stein ist zum Weg warte warte ich helfe ich schlag den Stein weg nee wir dürfen nicht kaputt machen ich weiß das mach ich auch nicht so jetzt haut er ab als wenn ich im Weg stehen würde ne ja eh Wasser Wasser ja schlaue Sache ähm hat uns nichts gebracht doch wenn das jetzt hier nicht grad so backen würde ne doch da musst du stehen bleiben dann dann fließt das Wasser auch warte mal ich tauch mal hier hoch vielleicht finde ich ja hier was ja du musst da auch da drin ist auch ne Druckplatte ja gut ich bin hier drüben ja du musst auf die andere Druckplatte ja jetzt kommt die ja jetzt kommt das Wasser geh mal gucken ob die Lava weg geht ja geh ja schon bitte danke ja Lava ist weg gut kannst ja ich könnte mich voll durchschieben aber das zählt nicht wie jetzt ich denke das ist auch extra so gemacht nein und warum ist es hier so dunkel und ist hier auch was ist da was äh keine Ahnung ich kann es nicht erkennen es ist so dunkel wenn es einfach ist durchgehen ne Martin normalerweise wären die auch zu na die ich denke mal die sind extra so gemacht nein die Map ist vom Feuer und die Türmen wurden doch anders gebaut ah hier ist was hm ah ne Druckplatte ok Martin ja wir sind zwei hoch nach dir da oben oder was Martin komm hier andersrum oh Martin guck dich da mal um da war ich doch eben erst da kam das Wasser her ja ist schön dir rechts gehst du gleich rein ach da ok nicht auf der anderen Seite ah ich verstehe aber wir wollen nicht so eine Bugs ausnutzen das wäre zwar toll aber trotzdem das machen wir nicht ja ist ok das ist ja alles berechtigt ja was denn ist auch so so sind die Türen noch schöner 19 Minuten haben wir noch oh ja Attacke Martin ich sehe deine Unterhose zieh die Ohren hoch zieh die Ohren hoch ach komm oh schicke blaue Weißhäute hmhm oh mit Herzchen mach das nie wieder mit Herzchen das ist deine Unterhose beleidigt ja mit Herzchen so ab wie macht denn das dann wisst ihr dass Markus Herzchen unterhosen trägt hey ich bin ins Bett Nummer die ist eben eh ich würde mich nicht das ist so mehr ein ich das ist ja das ist nicht Ich denke mal die Eisenbahn fährt dann hier irgendwo oben. Martin, die Eisenbahn muss fahren. Hier ist ein Wagen. Und ich würde sagen, der fährt dann los. Warte mal, hier sind die Druckplatten, stelle ich mir drauf. Ja, ich wüsste noch die. Ich denke mal, der fährt dann los. Ja, fährt auch. Ja, jetzt fährt er im Kreis. Jetzt muss ich die Schalter finden. Jetzt muss ich die Weiche stellen. Martin. Ja, schalte. Ich sage dir, ob es denn ist. Du schuldigst. Nein, gerade wo, war gerade schon. Mach nochmal zurück. Ja, jetzt gut. Ne, jetzt fährt er wieder zurück. Ah, hier ist so ein komischer Block im Weg. Ja, den müssen wir mit den Pistons. Warte mal, ich glaube mal hier hinten, komm mal mit. Den müssen wir zurückziehen. Komm hier, rechts von mir ist auch noch eine Druckplatte. Komm mal her. Entweder ist es das oder... Ne, dann ist es... Ja. Ah, ich hab ihn. Ah, ne. Warte, komm mal her, du musst jetzt... Jetzt ist schon wieder Teamwork, Markus. Markus, wenn ich den hier drücke, geht das... Warte, welcher war das? Und dann war es der hier? Es geht gar nichts mehr. Das ist der hier. Ach, das hast du gemacht. Warte, ich drücke jetzt hier. Los. Oh, zu spät. Warte, und... Sag mal, du drückst. Jetzt drück ich hin und jetzt drückst du. Scheiße, zu spät. Okay, dann gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Okay, er ist stecken geblieben. Das ist nicht gut. Ich denke mal, das war nicht so geplant. Nein. Ähm, ja. Ähm, was nutzen wir den Bug aus? Ne, Martin. Oh, ganz, wir sind kaputt. Guck dir das noch an. Ey, wir dürfen nichts kaputt machen. Und jetzt erklär mir, wie du wieder hochkommen willst. Nichts ist unmöglich. Ey, bitte, Markus ist voll der Cheater. Du willst den Bug ausnutzen, und das lass ich nicht zu. Das lass ich ernsthaft nicht zu. So, jetzt fährt er. Ja. Das muss ich nicht. Ich denke mal, der muss hier durch die Höhle. Ja, jetzt fährt er durch die Höhle. Okay. Jetzt muss nur noch eine Weiche schalten. Ja. Nimm an dir. Schalt mal. Oh, Mann.